Ja und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Ich habe mir mal hier eben das neue Hat ein bisschen angeschaut. Und hier gibt es Statistiken, habe ich gesehen. Und ich wollte da gerade mal ein bisschen schauen, was wir so alles schon gemacht haben. 12,99 Firmen bedient. Firmen bedient 22,033. Alter. Anzahl Aufträge, gerade mal 12. 3,52% der Karte erkundet. 16 von 152 Städten. 4 von 11 Staaten erkundet. Ja und Bursket haben wir auch schon ein bisschen Money verloren, 2340. Nicht so cool. Und wir sind eigentlich gerade mal erst 2 Tage und 5 Stunden hier im Spiel. Also in der Spielwelt. Und insgesamt 4 Stunden 9 gespielt. Und das Auftragsbuch gibt es hier auch noch. Was ich sehr interessant finde. Da sieht man wirklich alle Frachten, die man bisher eigentlich gefahren hat. Von wo bis wo, wie viel und so weiter. Eigentlich sehr cool. Habe ich vorher eigentlich noch nie gesehen. Und natürlich die Fähigkeiten, die kennt man schon. Die wir hier haben. Company. Ich weiss, wir haben eine E-Mail, die wir lesen könnten. Es ist also ein bisschen mehr aufgeteilt, was ich eigentlich gut finde. Aber trotzdem muss man sich eben zuerst ein bisschen zurechtfinden. Und hier oben gibt es, glaube ich, noch unsere Quick Access. Genau. Na gut, eigentlich das gleiche. Einfach ein bisschen anders. Als hier unten. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder auf die schnellen Aufträge. Und schauen mal, ob wir vielleicht nochmal in Los Angeles was starten könnten. Oder eben von Oxnard aus. Wir hätten hier einen Spezialtransport. Einmal quer rüber nach Barstow. Ein Fertighaus. Hört sich spannend an. Oder auch Grossreifen. Das Fertighaus hört sich sehr spannend an. Und die Strassen sehen sich auch sehr interessant an. Sehen auch sehr interessant aus, wollte ich sagen so. Und gibt 8.000. Und ist auch nicht allzu eine lange Strecke. Ich glaube, das nehmen wir mal. Oh wow. Okay. Und das ist mit Fertighaus gemeint. Ziemlich breit, das Ganze. Von der Länge her geht es, glaube ich, noch. Ja, ist nicht allzu lang eigentlich. Ja gut, das kennen wir schon. Ich stelle gleich mal wieder meinen Spiegel ein. Und dann sehen wir uns gleich. Wieder. Alright. Come on, there's a job to do. Die Spiegel sind hier ziemlich, wie soll ich sagen. Faschentaste. Ziemlich nutzlos. Weiter haben wir auch keine Hood-Mirrors. Also die hier vorne auf der Haube. Ja, könnte lustig werden. Könnte lustig werden. Aber wir haben ja, glaube ich, ein Begleitbarzöge. Von daher... Soll das ja schon gehen irgendwie. Das FOV ist halt auch nicht unbedingt so perfekt mit diesen Spiegeln, die man hier im Spiel hat. Und wenigstens haben wir einen Power Truck, der ein bisschen mehr PS hat, offensichtlich. Und dann haben wir, wie gesagt, hier grüne Bahn. Niemand, der uns in die Quere kommen will oder kann. Und wir fahren wieder über rote Ampel. So gut, wie es geht eigentlich. Aber der folgt ja eigentlich ziemlich gut. Das ist eigentlich bloß ein Flat Pad. Eben nicht allzu... ...grosser Länge. Go straight. ...aber halt ziemlich breit. Obwohl, ne, ich lasse es wenigstens roten. Dann kann ich wenigstens rausschauen, was irgendwie mal knapp werden sollte. Die FPS-Spikes nerven schon ein bisschen. Wahrscheinlich mache ich dann nach dieser Folge hier Pause erst mal und warte ab, bis die 1.50 ganz draus ist. Also aus der Beta raus. Und fahre erst dann wieder weiter. Mit dem Spiel. Weil es doch schon ein bisschen nervig ist. Und wenn man jetzt wahrscheinlich irgendwie mit der Grafik was ändert oder die Mons rausnimmt, weiss ich nicht, ob das wirklich was ändern würde. Jetzt wird es spannend. Wenn uns jetzt hier ein Truck entgegenkommt, ja... Und das passiert auch. Ich warte mal kurz. Okay, der kommt vorbei. Rechts sieht es gut aus. Okay, die warten da. Das ist sehr gut. Oh, jetzt hat sie gestoppt. Perfekt. Sehr nett, Herr Officer. Vielen Dank. Allerdings ist hier ein bisschen doof mit dem Schild. Und dem Truck. Aber das sieht gut aus. Sehr schön. Jetzt geht es hier wieder ein bisschen am Highway 1 entlang. Am Strand. Jetzt hätte ich hier wirklich vorher durchgefahren. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es hier so aussieht. Mit den ganzen Leuten. Ich weiss, ich war ein bisschen zu schnell. Aber wir wollen ja auch vorwärts kommen, irgendwie. Es wird schwierig wegen der Leitplanke hier links. Muss ich eigentlich wieder breite Spuren einnehmen. Okay, zum Glück wird es gerade wieder gerühen. Sonst wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Danke sehr. Das ist doch ein bisschen laut, irgendwie. So. Okay, theoretisch hätten wir noch die andere Route nehmen können. Das wäre schlauer gewesen, wenn man mich fragt. Aber jetzt gehen wir einmal über den Highway rüber. Rechts. Dann wieder rechts. Und dann auf den Highway runter. Und die andere Spur wäre eigentlich gleich einfach Strasse holt und dann rechts runter. Ein bisschen weniger aufwendig gewesen mit den ganzen 90 Grad Kurven hier. Aber gut, wahrscheinlich geht es nicht anders. Wahrscheinlich ist das strikt geregelt. Eigentlich vom Permit her. Auch hier wieder viele Missing Textures. Da wurde ja auch was ein bisschen viel geändert, wie es aussieht. Oder neu hinzubekommen. Okay, der wartet. Trotzdem ein bisschen doof. Jetzt muss ich das Fenster wieder aufmachen. Könnte ein bisschen knapp werden, weil hier rechts ist auch noch so ein Bootstein. Das hat schon mal geklappt. Und dann geht es wieder runter. Den Highway. Okay, nee. Muss wahrscheinlich die Farbe nicht wechseln. Oder wenn, dann wird es gesagt. Theoretisch müsste man bei so einer langen, breiten Ladung eigentlich hier vorne oder hier einfach links neben dem Spiegel noch längere Spiegel haben, um eben hinter die Ladung zu sehen, weil so sieht man echt gar nichts. Der andere kann jetzt rüberfahren und ich sehe nicht, ob der rübergefahren ist. Ja, jetzt sehe ich es. Wegen der Kurve. Trotzdem ein bisschen bravwürdig. Müssen wir noch eigentlich was ändern. Ich hoffe mal, niemand kommt auf die Idee, uns hier überholen zu holen. Nein, wie gesagt, ich würde das nicht sehen. Und wenn uns da jemand reinfährt und ich dann schuld bin, dann ist Ende vom Gelände. Geen. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann geht es weiter. Geen. 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 Und links sollte nichts kommen, rechts sieht auch frei aus. Perfekt. Ich glaube, ich muss doch noch kurz hier ein Foto machen. So, weiter geht's. Sorry dafür. Ich dachte mir, das könnte vielleicht cool aussehen, so in der Kurve einen schönen Shot zu machen. Und es sah auch gut aus. Wird man dann vielleicht im Dampen sehen, wenn ich das Foto nehme oder das andere. Mal schauen. Boah, die Strasse sieht ja cool aus. Die sind hoch, runter, hoch, runter. Das sind auch nur Strassen, die man in Amerika erleben kann. Sehr cool. Also wir zum Grand Canyon West gefahren sind, in meinem Faden, sind wir auch von der Strasse entlang gefahren. Und das sah wirklich cool aus. In real life. Und war irgendwie auch lustig, weil es eben hoch und runter ging die ganze Zeit. Junge, man könnte früher zur Seite fahren. Hatte da gerade ein bisschen Angst wegen dieser Concrete Barrier hier drüben. Wo wir da vielleicht hängen bleiben, wenn ich nicht weit nach links fahre. Auch coolste Teil hier. In diesen... Keine Ahnung wie das heissen. In diesen toten Büschen, die hier über die Fahrbahn wehen. Das habe ich leider nicht gesehen. Hat so ein bisschen was vom wilden Westen. Okay, noch 85 Meilen. Und dann sind wir am Ziel. Noch mehr von diesen... Büschen. Ich glaube in real life ist es nicht so gut, wenn man da hineinfährt. Weil die glaube ich ziemlich stachelig sind. Und dann zerkratzt man vielleicht die Lackierung. Oder macht die Reifen kaputt. Je nachdem. Was ist denn das denn bitte? Da unten ist irgendwie gerade das Zeichen für die Batterie aufgeleuchtet. Oder habe ich das falsch gesehen? Hm. Sah irgendwie eigentlich so aus. Ich habe ja eingestellt beim Adaptive Cruise Control, dass er einen gewissen Abstand einhalten zum vorderen Fahrzeug. Vor dem Fahrzeug. Deshalb bremst er hier so ab. Aber eigentlich, wenn ich abbremse, bremst auch das Auto vor mir ab. Und Convoy deshalb ein bisschen doof. Daran geht Cruise Control reitet doch nicht. WDR nicht. WDR nicht. Böhm. WDR nicht. WDR nicht. WDR nicht. Wie geht's denn blöhm? WDR nicht. Wer Ich glaube, im Spiegel sieht es meistens auch ein bisschen näher aus, als es eigentlich ist. Ich glaube, eigentlich hätten wir genug Platz, wenn wir einfach normal in der Spur fahren würden. Aber gut, das Fenster ist ja zu. Dann geht es gleich wieder auf die Interstate, oder auf den Highway, oder Freeway. Auf jeden Fall schon ein bisschen eine spannendere Strecke, das ist die andere, die wir schon gefahren sind, mit so einem Oversize. Die warten alle wieder sehr schön. Auch wenn das eigentlich ein bisschen übertrieben ist, je nach Ladung und Größe. Obwohl hier wahrscheinlich eher von der Breite her. Dann müssen wir einen großen Überhang haben. Und das ist ein bisschen übertrieben. Überholen möchte uns niemand. Auch schön. Theoretisch würde es schon gehen, normal zu fahren, aber trotzdem sieht es immer ziemlich knapp aus. Lieber vorsichtig als nachsichtig. Im Navi sehen wir auch schon das Ziel, wenn wir das Ganze hier hinbringen. 44.000 Pfund. Eigentlich so wie eine normale Ladung. Mit dem Gewicht her. Ah, das ist jetzt auch wieder ein bisschen knapp ausrichtet. Das sind links. Das war glaube ich auch ziemlich knapp. Mit diesen Pöllern. Die warten wieder schön auf uns. Danke sehr. Und dann hier hinten links. Was? Was machst du denn jetzt plötzlich? Ich dachte gerade, der würde wieder nach links reinziehen. Aber der lässt uns einfach vorbei. Weil wir hier sind. Wahrscheinlich brauchen die das irgendwie als Office oder so. Perfekt. Schauen wir uns das Ganze auch mal von aussen an. Ja. Sehr schön. Ohne grosse Bordkommnisse sind wir gut angekommen. Motor raus. Und abkoppeln. Und abkoppeln. gross in Amerika. 2 von 11 und trautes Heimglück allein. Sehr schön. Level 6. Und 8.000. Und ich würde jetzt das nächste Gefahrengutabzeichen hier nehmen. Beinhaltet Klasse 3 brennbare Flüssigkeiten, beinhaltet sehr verbreitete Zugänge, aber auch sehr gefährliche Treibstoffe wie zum Beispiel Benzin, Diesel oder Kerosin. Das heisst, wir können zu Tankstellen liegen oder zum Airport mal schauen. Und dann mal hier die E-Mail noch anschauen. Keine neue Spezialtransporte. Ah, neue Kamer dazu in Kalifornien wegen wahrscheinlich dem Update hier. Aber dann würde ich sagen, war es das wieder von dieser Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.